Heißer Hafen Hongkong. In der faszinierendsten Stadt der Welt erleben schöne Frauen und mutige Männer Abenteuer auf Leben und Tod. Diese zarte Seidenschnur hat die vortreffliche Eigenschaft sich bei jeder Bewegung ihres zugigem hübschen Kopfes immer enger zusammenzuziehen bis... Ich würde lieber sprechen, sonst geht es Ihnen noch ebenso. Ach, hören Sie doch auf mit dem Unsinn, wenn Sie sich endlich entschließen zu reden. Sie haben viel bei mir gelernt. Wären Sie eigentlich ein Freund oder ein Erpresser? Das klingt gar nicht schön. Erpressung dürfen Sie nicht sagen. Was soll ich tun? Schreiben Sie. Ich bin in Gefahr... Nein, der ist nicht betrunken, Mr. Wong. Der ist tot. Oh, was für'n Tag, was für'n Tag. Ich kenne den Mörder von Dean Mallory bereits. Sie. Ihre Methoden sind sehr einfach, aber ich gebe zu, Sie sind wirksam. Wie gut, dass Sie nach Hongkong gekommen sind. Heißer Hafen Hongkong. Wenn Sie Spannung und Exotik lieben, wird dieser Film Sie begeistern. Unter der Regie von Jürgen Roland spielen Marianne Koch, Klaus-Jürgen Wusso, Dominic Boschero, Brett Harris, Dorothee Parker, Carlo Tamberlani und Horst Frank. Ja, man sagt, dass Hongkong viel Aufregendes zu bieten. Das knappe, Wusso, Herr Kigiouser hat er nicht beschwert, approaching тому, dass wir keine Aufregende Jürgen geworden sind. KloschiANTE Mein Fert Die unheimliche Welt des fernen Ostens mit ihren fremden Sitten ist der Schauplatz für die gefährlichen Erlebnisse eines deutschen Journalisten mit internationalen Gangstern. Herr Holberg, machen Sie ruhig weiter Ihre Witzchen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie gefährlich diese Geschichte ist. Eben. Peter, ich habe Angst um Sie. Heißer Hafen Hongkong. Ein deutscher Abenteuerfilm der Extraklasse.